Und einer wundervöschig! Well, los geht's! Einer! Oh je, das habe ich gar nicht gesehen! Guck an! Was klingelt da denn bei 3 aus? Guck an! 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 Und die Nummer 10. So, dann schauen wir nochmal hier rein. So, dann schauen wir mal hier rein. Verlängerung, sehr schön. Da waren es 30. Sehr schön. Läuft. 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 Oh, das ist eine schicke Fütmarre. Sechzig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 dann klingelt er schon mal schon mal anfangen und freispiele nummer 10 in der bild war ja nicht schlecht aber gut und mal zehn freispiele goldenglory dazu auch machen und 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 dann gibt es hier mal freispiele zwölf stück Schöne Jawoll! So, dann gibt es hier mal eine Runde. Oh, das wird gerade vernünftiger draus. Und die Nummer 2. Dann gibt es hier mal eine T-Zona. So, dann gibt es hier mal eine Runde. Dann machen wir noch nicht Schluss hier. Und wir drehen mal eine Runde. Ja, 4€ Einsatz. Los geht's. Oh, das fängt ja schon wieder bescheiden an hier. Ja. Ja. So, dann gibt es hier mal eine Runde. Und hier ist hier eine Runde. Ja. 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 Junge, 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 ist ja sehr gut spektakulär. Richtig übel bezahlt. Dann schauen wir doch mal hier rein, Freireispiele, 1 Euro Einsatz, die 10. Richtig übel. Richtig übel. Richtig übel. Richtig übel. Richtig übel. Und hier mal 10 Freispiele, 1 Euro Einsatz. Richtig übel. Richtig übel. Runde dazu. Richtig übel. 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 Ja, baaal. Richtig übel. Ne. Nummer 10 Leptoe Sehr schön!